Ja, Mann! Boah, da stirbt mir direkt ne Niere ab, wenn du sowas sagst, ne? Ja, was soll ich denn tun? Wenn du voll bist, geh nach Hause. Das trifft auf die Kneipe zu und auch aufs Sammeln. Guck mal, der Handelsreisende ist schon da. Ja, siehste, der macht das genauso. Wenn du voll bist, geh nach Hause. Du Lappen. Was denn? Ja, ja, ja. Das ist ne alte Goldgräberregel. Liegt auf dem Kompass. Ich werd hier nebenher rauskommen. Das ist wie so ne richtig reiche Höhle in Minecraft. Du kommst da einfach nicht mehr raus. Nee, vor allen Dingen, du hörst halt einfach nicht auf zu meinen, weil du denkst, ja komm, um die Ecke geh ich noch. Oh, Diamanten! Ja, komm, die bauen wir jetzt noch ab. Ja, genau. Da ist ja doch ein Raum, wo wir reichen können. Ja, genau. Kein Leben. Was sagt bloß, sagt bloß, da ist ein Herzgefall. Ja, was ist denn das? Nein. Das sind zwei Herzgefalle. Ja, nehm ich, vielen Dank. Mundet der Kaffee-Gattin. Das ist schön. Der ist auch mit sehr viel Liebe gekocht. Weißt du, was ich mich grade frage? Was denn? Hier sind ja so Töpfe und Hütten und Tische und so, ne? In diesem komischen Ameisen-Scheiß hier. Ja. Wer lebt denn hier? Wer baut denn das? Wer macht denn sowas? Die Ameisen. Die haben keine Kultur, die Ameisen. Das sind alles Banausen. Bokka, ey. 260 Api. Wie viel? 260? Ja. Ich habe gerade drei Kristalle nacheinander gefunden. Hat dich überholt. Wurde auch langsam streichen. Oh oh. Ich habe es gesehen. Das wird ja nicht geschehen. Ich bin nach Hause. Es wird immer mehr. Ach Gott, ich bin nichts. Ach, ich bin nichts. Was ist los? Ich bin gestorben, macht Volk im Assen. Nein! Ja doch! Nein! Was habe ich da nicht schrieben? Nein! Okay! Alles klar! Boah! Ich komme nicht mehr dazu irgendwas zu machen. Ich möchte alles haben hier. Alles was ich sehe. Ich häng mich auf. Ja, so ein bisschen Schäkel zu verlieren ist glaube ich das kleinste Problem, solange man die Items behält. Oh ja! Ach Gott, das soll von dir helfen! Oh ja! 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 Oh! Oh ja! Oh ja! Hier waren noch Seiten drinnen. Auch wenn da mal wieder drei Stacks Bomben aus der Fuzzi. Das finde ich wohl echt schade, dass du nicht gemeinsam aufdeckst. Wie meinst du? Naja, dass das, was ich aufdecke, für dich nicht aufgedeckt wird. Ja, das finde ich auch schade. Nein, ich habe mich erschrocken. Oh, ich habe mich erschrocken. Hast du zufälligerweise Fackeln, die du mir geben kannst, weil ich bin gerade out of Fackeln. Ja. Oh, Schätzelein, Dankeschön. Ich habe gehört, sie haben Schuhe für mich. Ach ja, stimmt. Achso, du wolltest doch den Schirm haben. Ja. Ich habe Regenschirm. So, Hermesstiefel, da. Zack. Guck mal, ob du das auch gebrochen hast. Was denn? Habe ich dir zugeworfen, so Sperre. Wurfsperre? Ja. Nicht schlecht. Vielen Dank. Ja. Ja. Ja, mach mal leer. Ich will meinen. Oh. 15 Gold. Ja. Ja, ich glaube schon. Die haben ordentlich Spaß mit mir. Wurm. 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 Ja. Ey, ein Tod. Komm her ich michere dich. Bitch. Da ist ja der Nächste! Hat der seine ganze Sippe mitgebracht oder was? Komm her Wurm, komm her! Nein! Ja, ich weiß allerdings noch nicht wenn